Hallo, ich bin wieder euer BRKD und heute kommen wir zu... Ja, Pokémon... Nicht Go! Denn heute packen wir ein paar Pokémons aus, gucken was wir da rauskriegen und ja... Dabei sollte ich jetzt eigentlich Musik laufen lassen. Ich klicke da jetzt die ganze Zeit drauf und lasse gleich Musik laufen, dann halte ich halt die Fresse. Also, dann verabschiede ich mich nur noch. Und wen wollt ihr denn Musik hören? Von einem namens Exicruut? Ich lasse jetzt von einem Musik hören namens Exicruut. Ich mache halt immer Stopp, wenn wir ein Pokémon haben. Also erstmal fangen. Sozusagen fangen wir, lassen das alles schlüpfen und daraus kommt dann eins. Komm schon, komm schon! Pokémon! Oh, hab ich schon. Mein Internet geht nicht. Bitte, Internet! Komm schon, komm schon! Komm schon, Internet! Komm schon, Internet! Wie schön, das! Nur ein Lied! Oh, wow, wow! Doch das ist jetzt alles nicht mit, ne? Ludi Kulu Alleluia Kulu das ist das englische Name oder? Ludi Kulu Ach ja, die Lieder von der Woe Echtes geht, ne? Ich hab drauf gewartet, der ist Grabenkampf Battlefield 1, BW1, Digger 8 Und Massage hat begonnen, es ist die Gasmaß Wir auflaufen, schau für den Krieg Junge, Angst hast du auf, wenn ich doppeldecker fliege Fliege, Bandgriff, jetzt gibt es Dungeons Mir doch egal, ob zur Frau oder Mann wird Mach mich hier breit, wir haben lang drauf gewartet Der Graben ist nass und mein Spargel gestartet Dieser Graben ist meine Aufnahme Und du weißt, ich bleib immer gleich Es ist nass, es ist kalt, meine Finger sind gebrohn Und meine Waffe ist bereit, ich bin für diesen Scheiß geboren Es ist Battlefield 1, K8, ne? Ich rieche der Faust meiner Waffe Er beträumt dich und ist vorne im Doppel Den Kammel verbunden, auf die Gegner und aufs Schäunen Dächer wie ein Schäunen Drescher verrie ich in meinem Panzer Überall ist schon so Blut, bevor es davor noch Rast war Dieser Graben ist mein Aufnahme Und du weißt, ich bleib immer gleich Ich zerstör deine Waffe, ich hab mir Scheiße gesehen Ihr könnt machen, was ihr wollt, ich kann nicht widerstehen Komm mit Pasta, du lauf, schießt ein Loch in dein Haus Und der Roadkill, den Weg, den du eigentlich brauchst Aber macht nichts, ich darf nicht Aber treffend die Gewehre, meine Seite eine Lehre Kaum in jemanden, die sich sehe, schau Und so will es, sie hat lang genug gekämmt Dass das Fettler fehlt von mir, der Fertig Ich bin jedenfalls Mein Aufnahme Du gehst Seid, du magst Ich bin schwer, wenn ich den Konto dahin vor Je mehr, denn billig, der Wichter von mir vor Das ist, wie nicht agenziell, auf eins Ich lade meine Waffe Komm, scho, und ich ächer ihn rein Jeder ist allein Geh draußen auf dem Strach Nein, um immer hart zu kaufen Bist die allerletzte Stadt Gleich, war's fällt Ich bin immer... Also das war ExeCute. Und wenn ihr das Lied komplett hören wollt, dann guckt euch, gibt ExeCute ein und dann einfach, ich glaube, das letzte Lied war das. Ich werde mal gucken. ExeCute. Nee, das letzte Lied war, glaube ich, ein anderes, oder? Top-Hilf häufig gestellte Fragen hat er dann noch gemacht. Aber sonst, Run to Raid oder sowas. Also das letzte Lied finde ich. So, mal sehen, wer das letzte Pokémon sein wird. Pokémon! Jetzt ganz schnell ins correspond. Und... Bereitzen. Also wir beenden das mit Breiksen. Also ich beende den Part jetzt und Breiksen willst du noch mal sagen? Ja, wer sich dieses Video anguckt, gewinnt. Ähm... Diesen Stock mit Flamme, den ich da in der Hand habe. Ähm... Und wer dieses Video nicht abcheckt, den mag ich nicht. Tschüss.